Ja, ich gebe es zu. In Diskussionen über unterschiedliche Weltanschauungen wirfe auch ich etwa die religiöse Menschen vor, dass sie glauben, statt zu denken. Aber prompt kommt dann das Gegenargument, dass ich ja auch nur glaube, was die Wissenschaft sage. Auf eine Art stimmt das. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Egal an welchen Gott, welche Göttin oder welche Götter du glaubst, sie alle haben eins gemeinsam. Sie repräsentieren unverrückbare Systeme. Glaubst du an den christlichen Gott, dann glaubst du an einen über 2000 Jahre alten Gott. Kein Wunder braucht es immer akrobatischere Rhetoriktricks, um absurde Konzepte wie die Dreifaltigkeit oder verstaubte Wertvorstellungen wie in dieser bizarren Geschichte von Sodom und Gomorra in die heutige Welt zu transportieren. Das Problem hat die Wissenschaft nicht. Denn im Gegensatz zu der Religion ist in der Wissenschaft nichts unumstösslich. Und in diesem Sinne ist Wissenschaft sogar gerade das Gegenteil von Religion. Zeige an einem Physiker, dass sein Modell nicht gut genug war. Und er wird sich freuen über den Erkenntnisgewinn. Keine Wissenschaftlerin krallt sich an ihre Theorien fest, weil das Ziel ist nicht, Regeln aufzustellen, die immer gelten, sondern in der Wissenschaft geht es darum, ein System zu entwickeln, das die Welt erklärt und immer feiner wird. Es gibt zig Beispiele in der Wissenschaftsgeschichte, wo all diese Theorien über Bord geworfen mussten. Zum Beispiel das Newton'sche Gravitationsgesetz. Es reicht zwar sehr gut, zu erklären, warum der Mond um die Erde kreist oder warum es Eppe und Flut gibt. Wenn man aber mit einem globalen Satellitensystem von einem Mobiltelefon jederzeit die exakte Position bestimmen möchte, dann reicht ein Gesetz aus dem Jahr 1684 nicht. Dafür braucht es die Erkenntnis von Albert Einstein, der mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie das Konzept von Materie, Raum und Zeit erweitert hat. Und damit am Rätsel, was die Welt, was das Leben im Innersten zusammenhält, einen Schritt näher gekommen ist. Und genau darum vertraue ich in die Wissenschaft.